Facebook wurde umgestellt auf dieses, naja, Facebook-Profil hier, dieses Unternehmensprofil und jetzt weißt du nicht mehr, wo was zu finden ist. Keine Sorge, ich zeig's dir. Oh Gott. Deine Unternehmensseite auf Facebook wurde umgestellt auf ein Unternehmensprofil und jetzt weißt du nicht mehr, wie du richtig posten kannst. Ich zeig's dir. So, hier an der linken Seite oder an der rechten Seite eigentlich hier, kann man draufklicken auf dieses, was machst du gerade und dann kommt das Feld und nein, ich kann dann nur direkt sofort posten. Ich kann es nicht vorplanen. Das ist schon einige Zeit quasi rübergeschwappt in etwas, das heißt Creator Studio. Guck dir das mal an. Einfach im www.business.facebook.com slash Creator Studio eingeben und dann solltest du hier deine Unternehmensseite auswählen können und dann kannst du hier auch etwas planen, was du posten möchtest. Ja, so. Machen wir das mal und dann kann ich hier unten schon mal eingeben als Entwurf oder eben einen Beitrag planen, damit es nie wieder heißt, oh, ich bin da in Urlaub, da kann ich nicht posten. Also, das kann es nicht geben. Mit dem Creator Studio kannst du es auf jeden Fall tun. Jetzt wurde ich natürlich auch gefragt, kann ich denn gleichzeitig auf Instagram und auf Facebook posten? Jein. Ich zeige dir dazu einen Trick, dafür gehe ich hier jetzt mal in mein Instagram rein, gehe hier auf Instagram und auf erstellen und jetzt gucken wir kurz, wo wir meine Seite finden. Hier zum Beispiel haben wir eine Business-Seite und die ist jetzt richtig verknüpft mit der Unternehmensseite auf Facebook und dann kann ich hier unten, natürlich muss ich erstmal ein Foto hochladen, Sekunde. Haben wir da ein Hübsches? Ist das ein Hübsches? Ja, geht so. Das nehmen wir doch einfach mal. Das ist ein Test-Shot, den ich gemacht habe. Und dann kann ich hier unten das Häkchen sagen und sagen, auch auf Facebook posten und zwar auch zu einer eigenen Zeit. Vielleicht willst du Facebook früher posten morgens und dein Instagram planst du hier seitlich an der rechten Seite mit dem blauen Button. Und schon hast du einen Post auf zwei Seiten rausposaunt. Allerdings musst du aufpassen, alles in den Beiträgen hier oben, das ist alles genau das Gleiche. Das heißt, manchmal wird es dann nicht so cool aussehen. Du kannst es ja auch einfach mal für Facebook, so machen wir das häufig, einfach mal auf Entwurf speichern und dann bei Facebook nochmal den Text ein bisschen anpassen. Ich hoffe, das hilft dir weiter im Umgang mit deiner neuen Unternehmensseite. Wenn du noch Lust hast auf mehr Tipps zu dem Thema oder auch alles rund um das Thema Social Media, Social Media Marketing, dann folge mir doch, denn dazu mache ich regelmäßig Videos. In diesem Sinne, bis dahin, ciao.